Die Presse zeichnet auch heuer wieder die Australien-Companies aus und vielleicht ist es in diesem Jahr so wichtig und so besonders wie nie zuvor. Letztes Jahr leider ausgefallen, aber jetzt endlich wieder. Für mich persönlich das erste große Event nach sehr sehr langer Zeit. Ich habe mich schon riesig darauf gefreut, treffe sehr sehr viele Bekannte hier. Ich freue mich ganz besonders, dass die besten Unternehmen des Landes wieder live auf der Bühne stehen können, weil die Austrian Leading-Company auch jene Unternehmen sind, die schon recht kapitalstark vor Covid gewesen sind und jetzt noch einmal unter Beweis gestellt haben, dass sie solche Krisen wie Covid gut überstehen können. Das ist ein wesentliches Signal dafür, dass es in der Wirtschaft tatsächlich aufwärts geht. Ein positiver Impuls und genau dafür ist es wichtig, dass es Austrian Leading-Companies gibt, um auch dieses kleine Zeichen zu setzen. Wo wir diese herausragenden Persönlichkeiten heute auf die Bühne holen und wir den Unternehmen die notwendige Wertschätzung geben. Diese positive Stimmung, die ihr hier heute mitbringt, das ist ein Schneeball-Effekt. Jeder, der positiv ist, trägt auch etwas zum Wirtschaftswachstum nach der Krise dazu bei. Und ich glaube, die ALC ist eine Veranstaltungsreihe, die ist in guten Zeiten und auch in schlechten Zeiten gefragt. Jetzt ist Aufbruchstimmung und in dieser Aufbruchstimmung natürlich ist es besonders angenehm, super Beispiele aus der österreichischen Wirtschaft zu sehen und die eine oder andere Anregung daraus zu bekommen. Man sieht, wie gern die Leute unter Leuten sind und sich endlich wieder treffen und endlich wieder soziale Interaktion möglich ist. Und ich glaube, das Soziale ist auch wirklich ganz, ganz wichtig für die Wirtschaft und für den Erfolg. Es ist ein sehr schönes Gefühl, wieder persönlich unsere Kunden zu treffen, die Wirtschaft zu sehen und wieder innige Gespräche zu führen. Also ich bin sehr, sehr happy, dass ich heute da bin. Wir haben fast 400 Leute hier in St. Marks. Das ist großartig. Das ist die erste wirklich wieder große Veranstaltung der österreichischen Wirtschaft. Super Stimmung. Man spürt sozusagen diese Aufbruchsstimmung, die Stimmung in Richtung Aufschwung und den wollen wir jetzt ermöglichen für alle. Der ALC in Österreich ist mit Sicherheit ein sehr, sehr wertvoller Preis, auch für uns als TORTEC, um uns als Unternehmen nochmals selbst eben zu outen und zu sehen, wo wir denn stehen. Diese Power, die hinter Österreich steht, das ist enorm, ist aber auch ein Zeichen, wie ich es gesagt habe, auf der Bühne für die Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Performance all das nicht möglich wäre. Und wenn man dann so einen Preis bekommt, dann merkt man erstens, wir glauben jetzt dran. Wir glauben, dass wir auch die Ziele erreichen können. Was wir auch hoffen, ist, dass unsere Zielsetzung und unsere Aktivitäten eine Inspiration ist für andere Leute. Und das erreicht man mit so einem Preis wie die Austrian Leading Company. Der Erfolg ist immer so einfach, das sorgt sich so einfach an. Aber der Erfolg ist hart erarbeitet. Es gibt Menschen im Labor stehen, die forschen, denken, entwickeln und manchmal auch viele Rückschläge erleiden. Wenn man dann belohnt wird, dann ist das natürlich sehr gut und deswegen sind solche Preise ganz wichtig. Man merkt, wie wichtig das einem Menschen ist, der persönliche Kontakt in den Austausch zu gehen. Das hat einfach gefehlt. Es lockert wieder auf und es gibt wieder mehr Motivation, auch aus der Krise heraus mehr Energie zu tanken und dann nochmal mit Elan neu durchzustarten. Und das ist sicher ein Punkt, den ich mitnehme. Mittlerweile habe ich jetzt den fünften Flügel zu Hause stehen. Auch für das nächste Jahr werden wir uns anmelden und hoffen, dass wir wieder vorne dabei sind.